Ja, da gehen wir uns mal einen Bauch vollschlagen mit, oh Gott, mit Austern. Das ist ja cool. Lecker Austern. In Real esse ich die ja nicht. Mag das nicht so Schnecken, Muscheln und sowas. Warum macht denn der schon wieder Pause? Wenn man keinen Aufträger hat, dann macht das jetzt, dass ich einfach... Ist so ein Radio an? Na ja, das kriegst du mal, ich will drüber rum. Sind die Erfen? Ja, hab ich auch ein paar. Stock. Wo sind denn die Köpfe? Hier. Da nehmen wir noch einen. Was brauchen wir denn da noch? Ein Seil.